Ja, das Eggman Land. Besser gesagt, als das Eggman Horror Land. Das ist hier die Hölle. Das ist einfach nur Kacke. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder da seid zum neuen Part hier von Sonic Unleashed. Ja, es nervt sich, glaube ich, echt langsam dem Finale. Aber diese Welt... Äh... Nee. Nein, ich mag sie nicht. Sie erinnert mich zu sehr an Bowser-Welten. Ja, deswegen auch überall diese Stacheln hier von Bowser. Aber das ist hier wirklich ein... Das ist hier einfach nur... Nee. Also sie ist cool gemacht, keine Frage. Aber mir gefällt sie nicht. So, hier einfach raufspringen. Nein, natürlich nicht. Warum springt er nicht auf diese blöde, wunderbare... Äh, dieses wunderbare Rohr. Ihr schafft das doch auch. Also ich habe eigentlich... Wie gesagt, ich wollte nicht mehr aufregen bei dem Spiel, weil es ist echt cool gemacht, so. Aber das hier... Nein, tut mir leid. Also, dass er nicht mal irgendwie richtig auf dieses blöde, wunderbare Rohr springt. Guck mal, wie ich springen muss. Guck mal, ich das an. Guck mal, wie ich hier raufspringen muss. So, jetzt ist... Jetzt fällt er wieder runter. So, jetzt will ich... Er springt nicht auf das Rohr. Ich will doch nur, dass du auf dieses Rohr springst. Ey, zum Glück kriege ich immer die ganze Zeit Leben, weil sonst, äh, wäre ich schon zigmal Game Over gegangen. Ich verstehe jetzt nicht, was ich hier auch falsch mache. So, zack. Jetzt nochmal rauf. Ihr seht, ich springe perfekt auf das Rohr. Aber er sagt sich... Nein, du springst nicht auf das Rohr. Nein, du musst genau pixelgenau auf das Rohr springen. Ey, wenn du das nicht pixelgenau machst, dann nehme ich das auch nicht an. So. Kann man überhaupt auf dieses Rohr? Kann ich überhaupt auf dieses Rohr rauf? Nein, kann ich nicht. So. Was passiert jetzt, wenn ich da raufspringe? So, jetzt mache ich jetzt... Jetzt gehe ich den Weg, so. Ich hätte ihn auch schon die ganze Zeit anders gehen können, aber nein. So, wo muss ich lang? Ich muss dann hochspringen. Okay. So, ich bin jetzt auf dem Rohr, wo ich schon die ganze Zeit rauf wollte. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr spielen. Was ist denn das für ein Mist hier? Und lass mich raten, dieser Weg ist eigentlich, äh... Bestimmt irgendwie nicht der richtige. Und ich hätte eigentlich schon ganz anders laufen müssen. Kann die Kamera vielleicht bitte hinter mir sein? Nein. Ey, cool. Ich habe eins erreicht. Noch eins erreicht. Oho, geil. Jetzt rutscht er hier wieder runter. Und jetzt ist... Ich war die ganze Zeit vor einem beschissenen, blöden, tollen Save-Point. Oho, das Spiel will mich einfach nur... Das will mich einfach nur rollen und fertig machen. Also wenn ich das Spiel hier durchgemacht habe, also durchgezockt habe, bin ich reif für die Klapse. Ohne Witz. Und ich habe eigentlich vorgehabt, danach noch ein Sonic-Spiel zu spielen. Also das kann ich mir langsam knicken, irgendwie. Ach, hallo, meine Freunde. Äh, da ist ein Gegner. Guck mal, da ist Sonic. Da ist Sonic. Mach's auf, Leute. Ihr habt gesehen, ich habe ihn gerade erwischt. Ich habe ihn gerade wieder auf, Leute. Ich hasse diese Typen langsam. Ach. Ja. Hört doch mal auf die Anzeige. Ja, jetzt haben wir wieder einen. Wo bist du? Wo bist du, du Schuss, Heini? Ja, na klar. Habe ich gerade einen Stromschlag bekommen, weil ich mein Schild verloren habe? Oder warum? Was war gerade hier los? Oh, komm her. Hab die gerade gesehen, der ist einfach ausgeglichen, obwohl ich eigentlich angegriffen habe. Jetzt reicht's mir. Diese Gegner gehen mir alle gerade richtig auf den Piss. Aber sowas von. Das ist ein Breakdance hier. So. War's das? Habt ihr alle in die Ruhe? Ich habe nicht auf schwer oder sonst irgendwas gespieltes gestellt. Ich muss gerade... Husten. Entschuldigung. Seit wann sind denn Eggmans Roboter bitte so schlau? Die waren noch nie schlau. Die waren dumm. So. Und die hier können irgendwie die geilsten Tricks... So. Fertig. Dann bin ich mir in Ruhe. Danke. Ich bin die Ruhe selbst, Leute. Keine Sorge. Ey, krass dir nicht aus. Das Schlimme ist einfach, wenn ich wieder sterben sollte, was bald passiert, habe ich wieder meine... Ähm... Meine Dings verloren. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder Tag. Oh Mann, oh. Ich mag die Tagabschnitte nicht. Na, wie lange brauche ich denn jetzt schon? Oh, 24 Minuten. Oh. Ich drücke halt gar nichts. Ich habe keinen Bock runterzufallen. Oh, wo geht es hier lang? Ich kann nach oben lang. Äh. Äh. Geht so großes Risiko. Hihihihi. 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 Ja, danke. Darf ich mich bitte bewegen? Danke. Ah, dieses Level. ist scheiße. Ich Katze hier im Strahl. Ich mag es nicht. Ja, danke. Ah. Hahaha. Mami will was anderes spielen. Butki, ich will nie mehr. Nein. Mann, ich hasse es. Weißt du? Ey. Ne. Ich reg mich gerade die ganze Zeit nur auf. Ich muss ruhig bleiben. Kann ich bitte da oben lang? Ich will da oben lang. Ich will nicht diesen Weg gehen. Dieser Weg ist kaka. Halt auf mich auszulachen. Oh, zack. Zack. Oh, bam. Und lass mich doch durch. Schon wieder vor einem Safe Point. Was zum Henker. Jawohl. Natürlich. Nicht mal irgendwie ein Schild, wo draufsteht. All aufpassen. Du fliebst runter. Ja. Danke. Ich habe keine Ringe mehr. Lass mich einfach durch. Lass mich einfach durch. Ich bin Sonic. Na gut, was erwartet man? Ich bin im Eggman Land. Wäre komisch, wenn er mir hier irgendwas... Nein. So komme ich da nicht hoch. Ich nehme mir gleich irgendetwas und werfe es gegen meinen Bildschub. Ich weiß noch nicht was, aber ich werde mir irgendwas nehmen. Was soll ich denn hier machen? Hä? Ach so. Wer sagt es doch? Ich hatte noch Ringe. Aber ist ja egal. Ich werde hier... Ja! Mann! Viereck! Ich habe Viereck gedrückt! Ich habe Viereck gedrückt! Ich habe Viereck gedrückt! Ja! Ja! Ich fühle mich gut! Ich fühle mich gut! Ich fühle mich gut! Ich habe Viereck gedrückt! Keine Ahnung! Nett! Ja! Fand ich auch sehr nett! Lauf einfach, Sonic! Bitte lauf einfach! Ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue! Oder wie sehr ich mich freuen werde, wenn ich hier drei Kreuze machen kann bei dem Spiel! Wirklich! Wirklich! Es ist cool! Keine Frage! Die Level sind mega cool gemacht! Aber! Ey! Ja, wie habe ich das jetzt geschafft? Warum habe ich das jetzt geschafft? Ich bin übelst krass auf die Fasse gefallen! Mach doch einfach die Tür auf! So! Was jetzt? Aha! Okay! Bin ich irgendwann mal da? Bitte! Ich habe keine Lust mehr! Ich habe echt keine Lust mehr! Merkt man das? Ja, Leben! Wo musste ich hin? Wo musste ich hin? Was war das denn? Wo musste ich denn gerade hin? Wo musste ich denn hin? Mir hat keiner gesagt, wo ich hin musste! Wo musste ich denn hin? Wo das Leben holen oder wieder zurück oder? Keine Ahnung! Oh! Wie habe ich das gerade überlebt? Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade überlebt habe! Ich weiß es nicht! Wo musste ich denn hin? Ja! Oh Gott! Wann ist dieses Dreckslevel endlich vorbei? Bitte lass es endlich vorbei sein! Ich will nicht mehr! Warum war hier kein Safe-Freund? Wie lange geht das denn noch? Ich fühle mich gut! Nett! Ja! Fand ich auch sehr nett! So, jetzt muss ich noch runterfallen oder was? Jawohl! Ja, mit Lasern! Ja! Schön! Übelst kacke! Da ist ein Buch! Haben wir! Jawohl! Buch eingesammelt! Ringe! Ich will nur die Ringe! Jawohl! Dass ich überhaupt noch irgendeine Chance habe, hier durchzukommen! Ringe! Jawohl! Also verstehe mich wirklich nicht falsch! Das Level ist übelst geil! Es ist richtig cool gemacht! Aber! Äh! Ne! Es nimmt dich und wirft dich einfach raus! So! Bin ich jetzt am Ziel? Bin ich irgendwann mal da? Ich will den normalen Weg gehen! Ich will einfach hier nur irgendwie raus! Und Eggman in die... Ich will einfach nur Eggman ins Gesicht schauen! Bitte! So! Das ist jetzt bestimmt der falsche Weg, so? Und der ist noch schlimmer! Ach! Sie wollen es nicht einfach machen! Ja! Das können Sie vergessen! Ne! Sie müssen jetzt den schweren Weg gehen! Und die Kamera sagt sich, lecken Sie mich am Arsch! So! Ja! Was musste ich da machen? Wird mir nicht gesagt! Da war kein Schalter! Da war nichts! Doch! Da war ein Schalter! Ich habe ihn nicht gesehen! So! Jetzt muss ich bestimmt... Ich muss da was rauf! Ne! Der bewegt sich hoch und runter! Okay! Gut! Nur noch fünf leben! Geil! Oh Gott! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Hör auf abzuwehren! So! Tot! Tot! Danke, dass sie sich für den schwierigen Weg entschieden haben! Viel Spaß beim Sterben! Danke! Ich gehe den Weg da! Ich weiß nicht, ob es schlau ist! Ich weiß nicht, ob es jetzt falsch ist! Aber... Halt dich bloß fest! Wisst ihr, was ich manchmal hasse? Er zeigt manchmal dieses... Dieses... Festhalten mich sofort an! Da kriege ich immer einen halben Herzinfarkt! Weil ich denke... Okay, jetzt bist du tot! So! Natürlich! Natürlich! Muss man jetzt da was hinbauen! Was natürlich dann irgendwann halt sein... Dings verliert! Ja, na klar, na klar, na klar, na klar! Ich springe auch gegen die Bombe! Nehmen wir heute eine Bombe mit? Nimmst du morgen eine Bombe mit? Jawoll! Bomben zum halben Preis! Einfach mitnehmen! Ich bin beim vier... Bei vier Leben! Und ich bin noch nicht mal irgendwie am Ende! Hör auf zu lecken, Spiel! Wenn du das nochmal machst, mach ich dich aus! So! Ey, ich dachte hier, ich hab ein angenehmes Spiel! Nein, ich bin hier auf Crash Bandicoot-Niveau oder was? Oh! Was bringt denn das, da oben lang zu gehen? Das bringt doch gar nichts! Warum soll ich denn da lang? Das ist doch gar nichts! Ich kann doch einfach da hinspringen! Was hat das jetzt gebracht? Weißt du, wenn da so noch so ein Schalter gewesen wäre? Ja, okay, verstehe ich! Weil da war ja gar nichts! Boah! Ich dachte gerade... Ich dachte gerade ohne Scheiß, ich musste irgendwo noch einen Schalter aktivieren! Oh, wär' ich sauer geworden! So, lass mich raten, ich werd' jetzt hiervon irgendwas verfolgbar! Oder aber einfach nur runterfallen! Ich hab' mir bitte einfach nur runterfallen! Ich will nicht mehr! Dieses Level! Dieses Level einfach! Das muss ich hier machen! Hier ist nichts! Ah, das ist einfach nur ne Arena! Und ich hab' nichts! So! Das hab' ich bekommen! Keine Ahnung! Nimm doch einfach dein scheiß Schild weg! Warum habt ihr Schilder? Ihr braucht keine Schilder! Ihr seid Roboter, ihr braucht! Ja, natürlich! Kannst du perfekt abwehren mit deiner... Sind wir bei Tekken oder was? Der muss zuerst dran glauben, weil der nervt! So! Zack, zack! Bam, bam, boom! So! So, wer hat noch keine Tracht-Bübel gekommen? Wer will doch mal! Jetzt kommen schon kleine Mini-Roboter, oder was? Was willst du denn? Bestimmt ist der Oberschlag, pass auf! Der ist so wie bei Astrich, so wenigstens dieser Telekom-Fu-Kämpfer da! So! Zack, zack, boom! Warum? Ey! Was? Hier ist jetzt nichts mehr zum Heilen da! Ich bin so gut wie tot! Warum kannst du so lange abwehren? Und ich kann es nicht! Gut, weil ich auch nie abwehre! Ja, na klar! Wenn der mich jetzt getroffen hätte und gekillt hätte, ich wäre so ausgerastet! So, du bist der Letzte! Sag mir bitte, dass du der Letzte bist! Dass ich dir jetzt nämlich ein... Hallo! Ich habe jetzt gerade fünfmal auf diesen... Dings draufgeklebt! Nein! Nein! Mann, ich mache es gerade viel zu spannend! So! Fertig! Erledigt! Nein, immer noch nicht! Oh, hier ist noch was! Ich würde gerne was zum Leben haben! So, aber... Oh, Mann! Ist hier irgendwann mal Ruhe, bitte! Hallo! Ich will nicht mehr! Lass das jetzt endlich! So! Fertig jetzt? Vorbei? Nein, immer noch nicht! Wie viele kommen denn hier noch? Ach, muss ich gar nicht... Warte mal! Moment! Ne, 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 ne! Ich glaube, bei meinem Glück... Boah! Wie viele kommen denn noch hier? Wenn der mich jetzt aber schrittet... Leute! Wann ist denn hier vorbei? Bestimmt heißt es dann... Ja, du musst einfach weiter loben! Warte, ich muss jemanden nehmen? Ja, ich muss jemanden nehmen! Ja, toll! Ja! Ja! Geil! Schönes Spiel! Schön! Sag mir doch einfach jemand, dass ich da durchlaufen muss... Und den Typen dagegen werfen soll! Ja! Toll! Ja! Leute, wir sehen uns im nächsten Part! Tschüss!